Arbeite mit Sinn, Teil 7, dein persönliches Zielbild. Nachdem du nun deinen Standpunkt ermittelt hast und herausgefunden hast, ob und wie die Aufgabe, die du jeden Tag machst, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, und die Unternehmung, für die du arbeitest, eben mit deiner inneren Haltung, mit deinen Werten, mit deiner Persönlichkeit übereinstimmen. Nachdem du herausgefunden hast, ob das passt oder vielleicht eben nicht, geht es jetzt darum, dass du dein ganz persönliches Zielbild definierst, wenn es um deine berufliche Sinnhaftigkeit geht. Meist wissen wir gar nicht, was wir konkret wollen oder wie unser persönliches Zielbild überhaupt aussieht. Vielleicht sind wir fremdgesteuert durch Statussymbole, Vorgaben eines Systems durch Freunde und Familie oder auch Prägungen aus der Kindheit. Nehmen wir mein Beispiel. Ich habe nicht aus meiner inneren Überzeugung begonnen, in der Finanzindustrie zu arbeiten. Vielmehr wurde mir die Branche von nahestehenden Menschen empfohlen und mit gut gemeinten Argumenten wie Geld und Status schmackhaft gemacht. Erst viel später habe ich meine wahre Leidenschaft entdeckt und mein ganz persönliches Zielbild entwickelt, das eben auch zu mir passt. Bedenke, dass sich dein Zielbild im Laufe der Jahre ändern kann. Möglicherweise sind Sicherheit, Macht oder Einkommen irgendwann nicht mehr so wichtig für dich und du möchtest dich stattdessen lieber selbst verwirklichen oder dein Wissen teilen, um anderen zu helfen. Die innere Haltung, der Nutzen, den du anstrebst und deine Leistungsbereitschaft sind die Grundelemente für deine berufliche Erfüllung. Im folgenden Schritt geht es nun darum, dass du dir Gedanken über diese drei Elemente, die innere Haltung, den Nutzen und deine Leistungsbereitschaft machst und auch dich fragst, wie du sie ganz persönlich interpretierst. Und danach kannst du dich fragen, welches der drei Elemente für dich am wichtigsten, zweitwichtigsten und drittwichtigsten ist, welches dich am meisten berührt und dein Handeln und Denken beeinflusst. Und zum Abschluss ergründest du, welche Bedürfnisse du mit den verschiedenen Elementen verbindest. Danach hast du ein abgerundetes Bild davon, wie deine berufliche Situation konkret aussehen muss, damit du sie als sinnhaft und erfüllend erlebst. Starten wir mit der inneren Haltung. Deine innere Haltung ist deine grundlegenden Einstellungen in Bezug auf deinen Job. Sie beeinflusst, wie du deine Arbeit als Ganzes siehst und wie motiviert du Aufgaben und Herausforderungen angehst. Wenn du deine innere Haltung zu deinem Job erkunden willst, solltest du jedoch nicht nur über deine Motivation nachdenken, sondern auch über deine Werte und deine Leidenschaften. Diese bilden die Grundlage für deine Zufriedenheit und deinen Erfolg im Job. Werte sind Überzeugungen, die dir wichtig sind und für die du einstehst. Werte geben dir Orientierung und sie beeinflussen, was du tust oder was du eben lässt. Außerdem prägen sie, wie du Aufgaben und Herausforderungen angehst und erledigst. Werte können sich mit der Zeit ändern, manchmal ohne, dass wir es wirklich spüren. Mir zum Beispiel sind Vertrauen, Klarheit und Verlässlichkeit sehr wichtig. Vertrauen ist für mich die Essenz jeder Beziehung. Wenn ich einem Menschen vertrauen kann, gibt mir das ein Gefühl der Sicherheit. Ebenso ist es, wenn ich Vertrauen erhalte, weil mir das zeigt, dass der Mensch, der mir Vertrauen schenkt, sich bei mir als Person und mit meinem Denken und Handeln sicher fühlt. Klarheit schafft Unsicherheit, Misstrauen und Angst aus der Welt. Ich will wissen, woran ich bei den Menschen bin. Ich hasse Unsicherheit, sie hindert mich daran, befreit zu handeln. Genauso ist es mir wichtig, dass die Menschen in meinem privaten und beruflichen Umfeld wissen, woran sie bei mir sind und was sie von mir erwarten können. Verlässlichkeit bedeutet, dass sich die Menschen in meinem Umfeld auf mich verlassen können, wenn sie mich brauchen. Ich stehe zu meinem Wort und verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Und das wünsche ich mir auch von meinem privaten und beruflichen Umfeld. Eine ganze Liste mit weiteren menschlichen Werten findest du auf Seite 87 in Arbeite mit Sinn oder auf saschajohan.ch slash sinnformelbuch. Da kannst du die ganze Tabelle dann runterladen, so wie ganz viele andere Hilfs- und Arbeitsmittel, wenn du eben die Sinnformel auf dem digitalen Weg erarbeiten möchtest. Ja, schau dir mal diese Liste an und halte in einem ersten Schritt fest, welche Werte, die du auf dieser Tabelle siehst, dich ganz spontan ansprechen oder halt am besten zu deiner Persönlichkeit passen. Wähle höchstens 10 Werte auf. Im nächsten Schritt wählst du deine ganz persönlichen Favoriten, indem du die 10 Werte einander gegenüberstellst und jeweils definierst, welcher Wert von den beiden dir wichtiger erscheint. Oder welcher eben besser auf deine Persönlichkeit einzahlt. Und mit der Zeit gibt sich dann eine Rangfolge von 1 bis 10 und dann frag dich selbst, wie sehr du deine Top 3 Werte im Alltag lebst. Ja, neben den Werten ist auch die Leidenschaft ein wichtiger Teil. Werte und Handlung sind leere Begriffe. Und daher ist Leidenschaft ein ganz wichtiger Faktor, um Werte zu leben und sie eben vorher sogar noch zum Leben zu erwecken. Leidenschaft ist die tiefe emotionale Verbundenheit mit dem, was du tust. Sie ist der Grabmesser für dein Handeln und treibt dich an, damit du deine rationalen und emotionalen Ziele erreichst. Ohne Leidenschaft wird es dir schwerfallen, langfristig motiviert zu bleiben. Für mich geht es bei der Leidenschaft vor allem um die Energie, mit der ich meinen Job mache. Es ist die pure Freude am Tun, die ich empfinde, wenn ich mich mit etwas beschäftige, worin ich gut bin und was mir Freude bereitet. Zum Beispiel die Begeisterung für meine Arbeit mit Menschen. Ich gehe leidenschaftlich auf die individuelle Persönlichkeit und ihre Herausforderungen und Bedürfnisse ein, wenn ich Menschen im 1 zu 1 Coaching begleite. In einem Team-Coaching begeistert es mich hingegen, die Verbindung im Kollektiv herzustellen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die von allen getragen werden. Und ich habe noch eine weitere Leidenschaft. Ich liebe es, bei einer Keynote auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu inspirieren oder zum Nachdenken anzuregen. In allen Bereichen kommt dazu der ständige Wunsch, mich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und das dann eben in meinen Einzel- und Team-Coachings weiterzugeben. Das alles gehört für mich zur Leidenschaftenjob. Welche Werte, welche Leidenschaft treiben dich an? Beantworte die nachfolgenden Fragen und prüfe achtsam, was die Antworten in dir für Gedanken oder Emotionen auslösen. Welche sind deine persönlichen Werte? Was ist dir wichtig? Wofür stehst du? Was entfacht Leidenschaft in dir? Wofür stehst du am Morgen auf und was treibt dich an? Stell dir mal vor, dass du einen Arbeitstag Revue passieren lässt. Dass er eben genau so ist, wie du ihn dir wünschst. Du fokussierst dich ganz auf deine innere Haltung, deine Werte und all die Punkte, die du oben beschrieben hast. Und du stellst fest, dass du an diesem Tag genau das erlebt hast, was dir wichtig ist. Bei dir, aber auch in deinem Umfeld. Was ist an diesem Tag passiert? Was hat dazu geführt, dass du dich an diesem Tag vollkommen in deiner inneren Haltung erlebt hast? Beschreibe deinen Tag ausführlich. Nimm dir gerne ein Blatt Papier. Lass all deine Sinne in die Beschreibung einfließen. Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du gefühlt? Vielleicht sogar geschmeckt. Sei das so detailliert, wie du nur kannst. Wenn du diese Fragen beantwortet hast zu deiner inneren Haltung, geh einen Schritt weiter und finde heraus, welchen Nutzen du für dich und für andere mit deiner Arbeit erzielen willst. Wir alle haben unterschiedliche Gründe, warum wir einen Job machen. Für manche ist er Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen und die Familie zu ernähren. Oder um sich ein gutes Leben leisten zu können. Andere sehen den Job als Möglichkeit, etwas zu bewegen, anderen Menschen zu helfen oder sie voranzubringen. Und dann gibt es die Menschen, die sich in ihrem Job selbst verwirklichen wollen. Wir wünschen uns, dass unsere Arbeit Nutzen hat. Unabhängig davon, wo dieser Nutzen oder Wert für uns liegt. Doch wie erkennen wir überhaupt, ob unsere Arbeit Nutzen hat? Nicht immer sind die Ergebnisse eindeutig, weil wir nicht direktes Feedback bekommen. Du kannst den wahren Wert deiner Arbeit anhand der Frage messen, ob du deine Ziele erreicht hast oder nicht. Bevor du jedoch Ziele setzen kannst, musst du dir die Frage stellen, welchen Nutzen du mit deinem Job für dich und dein Umfeld schaffen möchtest. Hier sind drei Beispiele. Manuela arbeitet als Unternehmensberaterin. Sie schafft Nutzen für ihre Kundinnen und Kunden, indem sie mit ihnen Geschäftsmodelle optimiert, Umsatzpotenzial ermittelt oder neue Lösungswege erarbeitet. Der Nutzen für ihr Unternehmen ist das Beratungshonorar und die Reputation, die mit jeder erfolgreichen Beratung steigt. Ihre Ergebnisse sprechen sich herum. Ihr persönlicher Nutzen besteht neben der finanziellen Entlöhnung in Form eines hohen Fixgehalts und eines flexiblen Bonusprogramms und in der Befriedigung ihrer Kunden wirtschaftlich voranzubringen oder sogar den Fortbestand eines Unternehmens zu sichern. Hinzu kommen an Erkennung und Lob für ihren Einsatz. Daniel, der für die Ausbildung in einem internationalen Unternehmen zuständig ist, sorgt durch seine Programme dafür, dass die Auszubildenden tiefergehendes Fachwissen erwerben. Zudem entdeckt und fördert er Talente, motiviert und ermutigt sie, mit einer klar vorgegebenen Fachlaufbahn im In- und Ausland vorwärts zu kommen. Den primären Nutzen sieht der Ausbilder in der Freude und Genugtuung, die er empfindet, wenn er junge Menschen befähigt und weiterbringt. Das Unternehmen wiederum festigt durch Daniels Arbeit sein Image als attraktiver Arbeitgeber. Ein wichtiger Nutzen, wenn es eben darum geht, auf dem Arbeitsmarkt neue Mitarbeitende zu rekrutieren und noch mehr Reichweite zu gewinnen. Andererseits kann das Unternehmen talentierte Fachkräfte nach der Ausbildung weiterbeschäftigen und motivierten Mitarbeitenden eine Perspektive für ihre Weiterentwicklung bieten. Nehmen wir mich als drittes Beispiel. Ich begleite und berate als Coaching-Sparringspartner, Einzelpersonen, Teams und Organisationen. Der Nutzen für meine Klientinnen und Klienten im Einzelcoaching liegt unter anderem darin, dass sie an Sinnhaftigkeit, Klarheit, Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Motivation gewinnen. Teams und Organisationen stärken unter anderem die psychologische Sicherheit und meistern ihre Herausforderungen erfolgreich mit einem gemeinsamen Ziel- und Werteverständnis. Noch vor dem Honorarertrag ist für mich der grösste Nutzen, dass ich sehe, wie Menschen ein neues Verständnis von sich selbst entwickeln, daran wachsen und weiterkommen. Und wenn ich miterlebe, wie sich im Kollektiv ein neues Wir-Gefühl kultiviert und so eine neue Form der Zusammenarbeit entsteht, dann ist das von unschätzbarem Wert. In diesen drei Beispielen erzielen die Protagonistin und die beiden Protagonisten einen Nutzen für ihre Kundinnen und Kunden, für sich, aber auch für ihre Unternehmung und ihr Umfeld. Die Antreiber sind jedoch unterschiedlich. Und dabei ist es egal, ob man sich in einem Angestelltenverhältnis befindet oder selbstständig ist. Nutzen kannst du in allen Positionen erzielen. Um herauszufinden, wie dieser Nutzen für dich persönlich aussieht, solltest du dir folgende Fragen stellen. Was verstehe ich unter Nutzen? Finanzielle Kompensation oder Anerkennung? Zuspruch? Will ich meine Rechnungen bezahlen oder möchte ich mehr? Wie zum Beispiel Bonus oder Zusatzleistungen. Will ich die Welt verändern? Will ich etwas Sinnvolles tun und mich weiterentwickeln? Strebe ich in erster Linie nach Anerkennung und Zuspruch? Oder sehe ich meinen Nutzen darin, dass ich neben meinem Job die Möglichkeit habe, meinen Hobbys nachzugehen oder Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen? Fasse deine Überlegungen auch hier wieder für dich zusammen. Mit welchen Attributen verbindest du für dich die Aussage Nutzen im Job erzielen? Lass wieder einen Arbeitstag Revue passieren. Diesmal mit dem Fokus auf den Nutzen und die Attribute, die du oben aufgeschrieben hast. Du hast an diesem Tag für dich und für dein Umfeld genau die Art von Nutzen erzielt, wie du es dir vorstellst. Was ist an diesem Tag passiert? Was hat dazu geführt, dass du diesen Nutzen erzielt hast? Gehe auch wieder ins Detail. Welchen Nutzen willst du konkret in deinem Job für dich und für andere erzielen? Also schreib auf, was dein Nutzen ist. Und schreib auf, welchen Nutzen du für andere erzielst. So, nun weisst du, welchen Nutzen du für dich und andere in deinem Job erzielen willst. Gehe nun einen Schritt weiter und finde heraus, wie du nachhaltig sicherstellst, dass du auf Kurs bleibst, wenn es eben darum geht, deine Ziele zu erreichen oder ganz einfach deinen Job nach deinen Vorstellungen und Wünschen auszuüben. Da geht es um die Nachhaltigkeit. Ziele erreichst du nur mit einem langen Atem. Das heisst mit langfristig angelegten Handeln. Die Erreichung deiner Ziele hängt zum grossen Teil von dir ab. Auch dann, wenn es Umstände geben mag, die nicht optimal sind. Dann kannst du immer noch für dich entscheiden, wie du darauf reagierst. Für dich stellt sich also immer die Frage, was du dazu beiträgst, um auf Kurs zu bleiben. Überlege dir, was du tun musst, um deine Ziele zu erreichen. Stelle sicher, dass du auch willens und in der Lage bist, sie zu erreichen. Mach dir Gedanken darüber, welchen Preis du bereit bist, dafür zu bezahlen. Stelle sicher, dass dein Denken und Handeln deiner Sinnhaftigkeit entsprechen. Dazu gehört, dass du dich und dein Umfeld eben auch regelmässig reflektierst. das alles zusammengenommen bedeutet für mich Nachhaltigkeit. Eine Möglichkeit, eine Leistungsbereitschaft im Job nachhaltig sicherzustellen, ist es, dir regelmässig neue Ziele zu setzen und dich so immer wieder selbst herauszufordern. Und dabei ist es wichtig, dass die Ziele auch realistisch sind. Setze dir Ziele, die ambitioniert, aber auch mit den gegebenen Voraussetzungen für dich erreichbar sind. Setze einen Termin, bis wann du ein Ziel erreicht haben willst und halte fest, was genau du tun musst, um es zu erreichen. Sei flexibel, sei bereit, neue Herausforderungen anzunehmen und sieh dies als Chance für dich zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Motiviere dich selbst, indem du dir immer wieder bewusst machst, warum du gerade in diesem Job bist und welchen Wert er für dich hat. Wenn einmal die Motivation, deine Zuversicht oder deine Gewissheit auf Kurs zu sein schwinden, denk an deine Erfolge und Errungenschaften. Das schafft neue Kräfte, Energie und Selbstvertrauen. Hole das Optimum aus deinen Fähigkeiten und deinem Potenzial heraus, aber stelle auch eine ausgewogene Balance zwischen deinem Berufs- und Privatleben sicher. Stelle dir auch hier jetzt die folgenden Fragen. Was verstehst du persönlich unter Nachhaltigkeit? Eben wenn es um die Sinnfrage geht. Deine Ziele, deinen Job, deine Leistungsbereitschaft. Lass wieder mal einen Arbeitstag Revue passieren und dieses Mal mit dem Fokus eben auf die Nachhaltigkeit und auf die Attribute, welche du eben genannt hast. Du hast an diesem Tag zielorientiert, nach deiner Sinnhaftigkeit und im Rahmen deiner Leistungsbereitschaft gehandelt und so die Nachhaltigkeit in deinem Job sichergestellt. Und was ist denn an diesem Tag alles passiert? Frag dich auch, was du bereit bist, dafür zu investieren, dass du dein Idealbild und deine Ziele erreichst und eben auf Kurs bleibst. Nachdem du nun sämtliche Fragen zu den drei Elementen Innerhaltung, Nutzen und Nachhaltigkeit beantwortet hast, bist du dir im Klaren darüber, welches deine Innerhaltung für deinen Job ist. Du weisst, welchen Nutzen du mit deiner Arbeit erzielen willst und was du darunter verstehst, wenn es eben darum geht, nachhaltig sicherzustellen, dass du auf Kurs bleibst, damit du einen erfüllenden Job machen kannst. So, und genau so kannst du deine Ziele in der Form verfolgen und erreichen, wie es eben für dich stimmig ist. Gehen wir nun einen Schritt weiter und legen den Fokus auf deine Prioritäten. Die Innerhaltung, der Nutzen und die Nachhaltigkeit, diese drei Elemente formen die Sinnhaftigkeit. Da du nun für jedes Element deine persönliche Definition niedergeschrieben hast, stellt sich nun für dich die nächste Frage. Welchen Stellenwert nimmt jedes dieser drei Elemente bei dir ein? In einer idealen Welt wären wohl die Innerhaltung, der Nutzen und die Nachhaltigkeit gleichermassen wichtig. In der Realität sieht es aber oft so aus, dass Menschen diese drei Elemente unterschiedlich gewichten. Bestimme also jetzt, welche Bedeutung bei dir die innere Haltung, der Nutzen und die nachhaltige Leistungsbereitschaft einnehmen. Welchen dieser drei Bereiche gewichtest du am stärksten? Welcher hat den grössten Einfluss auf dein Denken und Handeln? Welcher steht an zweiter, welcher an dritter Stelle? Trage das Ergebnis in einen leeren Kreis ein, den du auf einem grossen Stück Papier zeichnen kannst, im Buch ebenfalls einzeichnen kannst oder eben online auf sachion.ch slash simformelbuch digital aufteilen kannst. Ja, und dann geh doch einfach davon aus, dass 100%, das ist der ganze Kreis, verteilt werden müssen auf drei Teile. Verteile diese 100% auf die innere Haltung, den Nutzen und die Nachhaltigkeit. Und je nach deinen Prioritäten sind die prozentualen Anteile jedes Element grösser oder kleiner. Vermutlich wird es dir zuerst wie den meisten meiner Klientinnen und Klienten gehen, wenn sie diese Übung das erste Mal durchführen. Sie teilen den Kreis in drei gleich grosse Teile und lassen dieses Bild dann auf sich wirken. Nun, wenn du magst, kannst du auch so vorgehen. Betrachte dann das Bild und höre achtsam in dich hinein. Stimmt die Aufteilung oder ist sie einfach politisch korrekt? Wenn du dann das Gefühl hast, dass das Bild doch nicht oder noch nicht stimmig ist, korrigiere es, bis es eben für dich stimmt. Es geht hier nur um dich und niemand wird deine Entscheidung, deine Gewichtung, deine Prioritäten qualifizieren. Hier ein Beispiel für dich, wie die Aufteilung ausfallen kann. Dieter, ein Kommunikationsverantwortlicher in der Gesundheitsbranche, sah seinen Nutzen in erster Linie in der finanziellen Kompensation und in seinem Status als Mitglied der Geschäftsleitung. Diese beiden Punkte waren sein erklärter Hauptantrieb. Dafür war er bereit, sehr viel Zeit und Aufwand in seine Arbeit zu investieren und immer noch mehr zu leisten, um seine Position nachhaltig zu wahren. Dafür musste er jedoch Zugeständnisse machen. Vor allem, wenn es um seine innere Haltung ging, da verschiedene Situationen in seinem Berufsalltag nicht wirklich seinen persönlichen Werten entsprachen. Vor allem, wenn es darum geht, bei Geschäftsleitungsentscheidungen das Kollegialitätsprinzip zu wahren. Da kam es immer wieder zu inneren und auch äusseren Konflikten bei Dieter. Aber er war bereit, das in Kauf zu nehmen, weshalb die innere Haltung den kleinsten Anteil in seiner Gewichtung ausgemacht hat. So stellte er also den Nutzen und seine Leistungsbereitschaft über die innere Haltung. Der Nutzen nahm den grössten Raum ein, bildete das grösste von drei Teilen in diesem Kreis, gefolgt von der Nachhaltigkeit und dann der inneren Haltung. So, und jetzt bist du dran. Wenn du das Buch vor dir hast, dann kannst du auf Seite 100 einen leeren Kreis eben dann aufteilen. Du nimmst ein grosses Blatt Papier, nimm ein grosses Blatt Papier dafür, teile den Kreis nach deinen Prioritäten in drei Teile auf oder eben, wenn du digital arbeiten möchtest, auf saschajohan.ch slash sinnformelbuch. Da findest du eine Vorlage, wie du an diesem Kreis, an deinen Prioritäten dann arbeiten kannst. So, nachdem du nun diesen Kreis aufgeteilt hast, deine Prioritäten gesetzt sind und du dieses Bild vor dir hast von diesen drei, vermutlich nicht gleich grossen Teilen, gehen wir noch einen Schritt weiter und definieren eben, welche Bedürfnisse denn du mit diesen jeweiligen Elementen, also mit der inneren Haltung, dem Nutzen und der Nachhaltigkeit identifizierst. Deine Bedürfnisse zu kennen ist ein weiterer Schritt, wenn es eben darum geht, die Sinnhaftigkeit deiner Arbeit zu definieren. Wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst, weisst du auch nicht, wofür du dich einsetzen solltest oder was sich erfüllt und glücklich macht. Bedürfnisse geben dir Orientierung. Sie sind die Grundlage für deine Motivation und deinen inneren Antreiber oder deine inneren Antreiber. Wenn du eben deine Bedürfnisse kennst, helfen sie dir auch dabei, deine Grenzen zu erkennen und eben für diese einzustehen. Im Buch oder im Download-Bereich findest du eine Auflistung von menschlichen Bedürfnissen. Und um eben dein Idealbild, dein Zielbild zu vervollständigen, geht es jetzt in diesem Schritt darum, die verschiedenen Bedürfnisse den jeweiligen Elementen, also der inneren Haltung, dem Nutzen oder der Nachhaltigkeit zuzuweisen. Wenn dir ein Bedürfnis nicht zusagt, dann lege es einfach auf die Seite, weil dann hat das aktuell keine Relevanz für dich. Wenn du ein Bedürfnis, zwei Anteile, also zwei Elementen, zum Beispiel der inneren Haltung oder dem Nutzen zuordnen wirst, dann lege dieses oder schreibe dieses auf die Linie, welche die beiden Teile miteinander verbindet. Bedürfnisse, die du sowohl der inneren Haltung, dem Nutzen und der Nachhaltigkeit zuordnest, ja, die legst du in die Mitte, damit du nachher das vollständige Bild vor dir hast und siehst, eben welche Bedürfnisse du klar zuordnest, welche vielleicht für zwei, also für die innere Haltung und eben den Nutzen entsprechen oder einzahlen und welche für alle drei einzahlen. Ja, und da kann es natürlich sein, dass du, obwohl die Liste sehr umfassend ist, dass dir ein Bedürfnis fehlt und dann schreibe es einfach auf eine leere Karte und ordne es ebenfalls wie oben beschrieben zu. Gehe in diesem Schritt intuitiv vor. Höre wieder auf deine inneren Impulse. Ordne deine Bedürfnisse so lange zu, bis das Gesamtbild wiederum für dich stimmt. Dieser Schritt hilft dir dabei, dein Zielbild weiter zu schärfen und noch klarer zu erkennen, was dir eben ganz persönlich wichtig ist. Hier zum Beispiel Simone. Sie ist HR-Business-Partner in eines Unternehmens in der Gesundheitsbranche. Sie wurde in eine neue Führungsfunktion befördert und ihr Arbeitgeber ermöglichte ihr ein Coaching für die Phase des Onboarding-Prozesses. In erster Linie ging es ihr darum, ihr Handeln in Situationen aus dem Arbeits- und Führungsalltag zu reflektieren, aber eben auch darum, wie sie im Einklang mit ihrer persönlichen Einstellung und ihren Werten den neuen Herausforderungen und den Erwartungen gerecht werden konnte. Wir starten das Coaching mit dem Sinnformen-Prozess, um ihre Werte, Prioritäten und Erwartungen zu reflektieren. Sie legte sehr viel Gewicht auf die innere Haltung, während sie den Nutzen und die Nachhaltigkeit in etwa gleich gewichtete. Bei der Zuweisung der Bedürfnisse wies sie zum Beispiel Selbstwertschätzung, Selbstverantwortung und Offenheit der inneren Haltung zu. Selbstentfaltung, Zugehörigkeit und Spass verband sie mit Nutzen. Herausforderung, Würdigung und Rituale einsetzen war für sie wichtig, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen. Menschlichkeit, Freundschaft und Gesundheit sah sie sowohl im Bereich der inneren Haltung, aber auch im Bereich des Nutzens. Gleichgewicht, Sein und Sinn, wies sie der inneren Haltung dem Nutzen und der Nachhaltigkeit gleichermassen zu. Sättigung und Alleinsein, die hatten keine Bedeutung für sie. Darum legte sie diese beiden Bedürfnisse auf die Seite. So, also wenn du nun weisst, was dir wirklich wichtig ist, worauf es dir ankommt und wenn du deine Bedürfnisse klar vor Augen hast, dann hast du damit auch ein klares Zielbild vor Augen. eine Vorstellung davon, wie es sein muss, wenn du Sinnhaftigkeit und Erfüllung bei deiner Arbeit erlebst. Wenn du dein Idealbild nun kennst, bist du bereit, dieses deiner aktuellen Situation gegenüber zu stellen. Dann wirst du erkennen, wo du aktuell stehst und was du verändern darfst. Im folgenden Abschnitt wirst du erkennen, welche Schritte notwendig sind, um deinem Idealbild näher zu kommen oder ob deine Konstellation vielleicht sogar die richtige ist. Und wie das eben funktioniert, das beschreibe ich dir in der nächsten Folge. Aber gehen wir doch zuerst einmal noch einmal zu unseren vier Protagonistinnen und Protagonisten, das sah bei denen nämlich so aus. Da war ja Silvia, bei der alles gut im Job war und die sich einfach gefragt hat, wie sie sicherstellen kann, dass das so bleibt. Bei ihr galt es zunächst herauszufinden, ob sich ihr Blick auf die innere Haltung den Nutzen und die Nachhaltigkeit im Laufe der Jahre verändert hatte und ob sich ihre Prioritäten verschoben hatten. Das war aber ja nicht der Fall. Sie vertrat nach wie vor die Werte, die sie schon früher geleitet hatten. Auch bezüglich ihrer Prioritäten hatte sich nicht viel verändert. Mit Menschen zu arbeiten, das war ihre Passion. Dafür stand sie leidenschaftlich ein. Diese Passion bedeutete auf der einen Seite Abwechslung, konfrontierte sie aber auch immer wieder mit neuen Herausforderungen, die sie dankbar annahm und aufgrund ihrer Erfahrung auch in den meisten Fällen meistern konnte. Und das machte sie innerhalb der Bank zur geschätzten Anlaufstelle, sowohl für die anderen Teamleiter, aber auch für ihre Kolleginnen und Kollegen. Leistung zu erbringen war für sie eine Selbstverständlichkeit. Kunden zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen, stand für sie im Vordergrund. Allerdings war es ihr ebenso wichtig, persönliche Bestätigung zu finden und das Richtige zu tun. Zudem lag ihr viel daran, ihre Mitarbeitenden zu fördern und eine Kultur innerhalb des Teams zu schaffen, die zu Bestleistungen motivierte. Sie selbst musste nicht immer die Beste sein und sie hatte mit der Zeit gelernt, dass begabte und motivierte Mitarbeitende genauso wertvoll für den Teamerfolg waren, wie ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken. So wurden sämtliche Erfolge auch ihre eigenen stets vom gesamten Team gefeiert. Nutzen bedeutete für sie Anerkennung und Zuspruch, ihre Kolleginnen, Kunden, Vorgesetzten, aber auch die Loyalität ihrer Mitarbeitenden. Dass das auch Einfluss auf ihre finanzielle Situation hatte, das nahm sie dankbar an. Also hatten wir in der ersten Etappe festgestellt, dass sie im Grunde immer noch von den gleichen Werten und Prioritäten geleitet wurde. Da sich aber auch privat keine Änderung abzuzeichnen schien, konnten wir davon ausgehen, dass ihr heutiger Job auch weiterhin ihrem Ziel Binnen sprach. Das zeichnete sich auch ab, als sie die Bedürfnisse auf die drei Bereiche verteilte. Ja, bei Ivan, bei ihm war es ja so, dass ihm sein Job gefällt. Sinnhaftigkeit und Erfüllung sind gegeben, aber er weiss nicht so genau, wie und wo er sich noch weiterentwickeln und verändern kann und will und welches die Richtung sein kann. Und ja, nachdem Ivan sich mit den Fragen zur inneren Haltung, zum Nutz und zur Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat, ja, da stellte er fest, dass die Antworten nicht mehr dieselben waren, wie damals, als er seine Firma gegründet hatte. Er stand nach wie vor für seine Werte ein, doch heute wollte er seinen Nutzen nicht mehr nur durch stetiges Wachstum erzielen. Er sah seinen Nutzen heute darin, ein Unternehmen zu führen, das auf festen Füssen stand. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitenden und der Kundschaft, die bedeutete ihm viel. Es gefiel ihm aber auch zu sehen, wie jüngere Mitarbeitende die Kundenbeziehung genauso erfolgreich pflegten, wie er das schon seit jeher tat. Ja, das machte ihn stolz und erfüllte ihn mit Freude und grosser Befriedigung. Es war für ihn eine Freude zu sehen, dass sich die Mitarbeitenden mit der Firma identifizieren konnten und sich gegenseitig Wertschätzung entgegengebrachten. Für ihn war klar, dass er die Erfolgsgeschichte seiner Firma weiterschreiben wollte. Um das sicherzustellen, war er nach wie vor bereit, sich für die Firma zu engagieren. Und nicht überraschend nahm er bei ihm die innere Haltung, die Nachhaltigkeit, den grössten Stellenwert ein. Die Zuteilung der Bedürfnisse, die bestätigte dann seine Gedanken. Ja, der dritte im Bunde, Nikolas, der die Situation vertrat, dass es eben im Moment noch passt, aber er weiss ganz konkret, was er verändern will, wie er sich weiterentwickeln will, eben in die Selbstständigkeit gehen will, als Personal Trainer. Ja, bei ihm ging es zuerst einmal darum, die eigenen Werte, das Warum und die persönlichen Prioritäten und Bedürfnisse in Bezug auf die Inerhaltung, den Nutzen und die Nachhaltigkeit zu überprüfen. In dieser Phase erhielt Nikolas die Bestätigung, dass er bezüglich seiner Einstellung auf dem richtigen Weg war. Am Ende dieser ersten Etappe, der ersten Etappe der Sinnformel, lade ich meine Klientinnen und Klienten manchmal ein, ihr ganz persönliches Wunschbild zu ihrer beruflichen Situation aufzuschreiben oder vielleicht auch zu malen. Und Ziel ist es eben, dass der Klient, die Klientin sein Idealbild affirmiert und so mit seinem Unterbewusstsein verinnerlicht, wo es eben hin soll, dass er das Idealbild wirklich ganz tief in sich verankert. Und dieser Schritt löst je nach Situation unterschiedliche Reaktionen aus. Bestätigung, Stolz, Zuversicht, Motivation, Begeisterung, Aufbruchstimmung. Je nach Situation und Ausgangslage kann aber auch Angst, Ärger, Wut oder Bedauern über Verpasstes sein. Bei Nikola waren es in erster Linie Bestätigung, Motivation und Aufbruchstimmung. Er war bereit, den nächsten Schritt, den entscheidenden Schritt Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Und die vierte Protagonistin, die Nicole, die leidet ja aktuell in ihrem Job, sieht ihn als notwendiges Übel, sieht weder Sinn noch Erfüllung in dem, was sie tut und die will sich neu orientieren. Ja, sie stellte im Verlauf der ersten Etappe fest, dass sie ihre persönlichen Werte in den vergangenen Jahren verändert hatten. Als sie vor elf Jahren ihren Job angetreten hatte, reizte sie in erster Linie die Aufgabe. Was ihr aber auch gefiel, waren der Status und die attraktiven Anstellungskonditionen. Zudem war sie jung und motiviert genug, sich dem Wettbewerb zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt lebten ihre Kinder noch zu Hause und waren in Ausbildung. Deshalb hatten finanzielle Sorglosigkeit und die Möglichkeit, ihrer Familie fast alles ermöglichen zu können, die erste Priorität. Heute sah die Sache etwas anders aus. Finanziell ging es ihr und ihrem Partner sehr gut. Die Kinder waren ausgezogen und standen finanziell auf eigenen Beinen. Finanzieller Anreiz war Nicole heute weniger wichtig als Respekt, Zuspruch und Anerkennung für gute Leistungen. Ja, all das, was sie eben nicht mehr bekam. Ihre Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten, Herausforderungen zu analysieren und zu beraten, war jedoch ungebrochen. Was ihre Leistungsbereitschaft betraf, ging es ihr heute mehr darum, für ihre Kunden die bestmögliche Lösung zu finden und nachhaltig zwischenmenschliche Partnerschaften aufzubauen. So nahm sie sich auch mal mehr Zeit für eine Beratung als früher, als es eben nur darum ging, so viele Abschlüsse wie möglich zu machen. Die Zuteilung der verschiedenen Bedürfnisse fiel ihr nicht schwer und sie fühlte sich nach dieser ersten Etappe darin bestätigt, dass dieses Idealbild, das sie sich gezeichnet hatte, das sich gebildet hatte, nicht mehr ihrer aktuellen Situation entsprach. Also wie erwähnt, hast du jetzt dein Idealbild, wenn es um deine berufliche Sinnhaftigkeit geht. Du weisst, was du ganz persönlich unter innerer Haltung verstehst, kennst deine Werte, deine Leidenschaften, deine Antreiber. Du weisst, was Nutzen für dich bedeutet, wenn du ihn für dich oder andere erzielen sollst und du weisst, wie du nachhaltig eben auf Kurs bleibst. Du weisst aber auch jetzt, welches dieser drei Elemente dir das Wichtigste ist, das Zweit- und das Drittwichtigste ist und eben welche Bedürfnisse du eben halt auch mit diesen Elementen, mit Erinnern, Haltung, Nutzen und Nachhaltigkeit in Verbindung bringst. Das Ganze gibt jetzt dein Bild, wie es eben sein soll, wenn es um die berufliche Sinnhaftigkeit geht. War jetzt eher eine längere Folge, ist mir bewusst, einige, viele Informationen. Wenn du das Ganze eben für dich noch klar haben möchtest, dann findest du eben das Ganze in Arbeiten mit Sinn. Gibt es überall, wo es Bücher gibt oder du gehst halt auf den digitalen Weg noch einmal zum Download-Bereich, saschajohan.ch slash sinnformelbuch und kannst dir dann da noch einmal geführt alles nach und aus und erarbeiten. In der nächsten Folge, Folge 7, im siebten Teil dieser Podcast-Serie geht es dann eben darum, dass du das Idealbild, dass du dir in und mit dieser Folge erarbeitet hast, dann mit der Standortbestimmung deiner aktuellen beruflichen Situation gegenüberstellst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du nicht sämtliche Folgen dieser Podcast-Serie abwarten willst oder wenn du dich noch tiefer mit dem Thema Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz befassen möchtest, dann besorg dir mein Buch Arbeiten mit Sinn on und offline überall, wo es Bücher gibt. Und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn eben wieder eine neue Folge im Coaching Insight Podcast veröffentlicht wird, dann abonnier ganz einfach diesen Kanal. und dann abonnier und dann abonnier Und dann abonnier